Was ist die Installation von Smart Mieters in Großbritannien? Wir können auch davon ausgehen, dass das die britischen Parlamentarier nicht tun. Dies ist eine Krux dieser heutigen Politiker-Kaste, die aus komplett Irrsinnigen entweder oder aus Soziopathen und Psychopathen besteht. Die winken mal Gesetze durch, ohne sie zu lesen, denn das ist alles fürchterlich langweilig und es wird schon gut sein, wie es geschrieben ist. Also, verhältnismäßige Gewalt beim Installieren von Smart Mieters, wenn du das nicht willst in Großbritannien. Bald auch in deiner Stadt. Verschwörungstheorie, ne? Verschwörungstheorie.